Also wir bereiten uns vor, wir machen alles, was Menschen möglich ist, auf allen Bereichen. Man sieht ja hier auch mit der Technik, dass wir versuchen, alles auszureizen. Was die Athletisch haben wir diesen Sommer trainiert, denken wir noch nie. Jeder Athlet fährt natürlich dahin, um zu gewinnen, um eine Medaille zu machen. Sonst würde er da ja erstmal gar nicht hinfahren. Wir versuchen dort natürlich jetzt dieses Grundgerät, was es ja momentan ist, jetzt noch zu verfeinern, noch zu verbessern und im Vergleich zu den anderen Nationen natürlich dort mal schauen, wo wir stehen. Auf der anderen Seite bin ich sehr froh, dass es große Konkurrenz gibt, weil dann kann sich keiner ausruhen. Auf der anderen Seite ist es wieder so, dass es bei Nominierungsgesprächen natürlich für uns schon immer schwierig ist. Man will natürlich keinen irgendwie vom Kopf stoßen und das irgendwie ungerecht machen. Gerade wenn man das Hauptereignis vor den Olympischen Spielen in dem Jahr gewinnt, versucht oder wird man immer versucht, da so ein bisschen hinzudrücken, so ungefähr. Na ja, Weltmeister bist du geworden, Olympiasieger sollte dann ja nicht mehr das Problem sein. Aber gerade bei so Olympischen Spielen oder auch bei Weltmeisterschaften, wo man wirklich in zwei Tagen sein Bestes aus sich rausholen muss, die Form wirklich da sein muss, das immer auf den Punkt zu treffen, ist gar nicht so einfach. Aber ich denke mal, für die ersten Weltcups wird es schwer, dass ich bis dahin wirklich wieder alles rauskriege beziehungsweise die Form schon wieder hergestellt habe. Aber bis zu den Olympischen Spielen sehe ich da auf jeden Fall kein Problem. Die Bahn ist was Besonderes, was anderes, dann dieses Zusammenleben mit diesen ganzen Sportlern. Man trifft wirklich jeden Sportler der Welt. Man trifft sich im Olympischen Dorf. Es sind alle möglichen Sportarten, die dort zusammenkommen. Das hat man sonst ja bei keiner WM. Keine WM ist so ein Highlight wie die Olympischen Spiele, weil bei der WM ist man in seinem Hotel. Man sieht weder die Amerikaner, weder die Briten, weder die Kanadier zum Beispiel. Und dort sind eigentlich alle Sportarten so auf einem Fleck. Das ist halt das ganz Besondere an den Spielen.